aufpassen ich weiß nicht ob die wenn die angebunden sind auch springen können ansonsten haben sie mich hier oben runter ich bewege mich ich bewege mich lasst es euch nicht einfallen irgendwie muss jetzt die ziegen hier reinbringen ich müsste ja noch zäunen habe ich noch zäune wo sind ach nee ich habe die alle hier vorne hingepflanzt stimmt da sind aber noch welche frei insgesamt drei stück weshalb ich imstande sein sollte oder muss ich das überhaupt muss ich eigentlich nicht einmal wenn ich jetzt hergehe und sage letztige ich will nicht halt stopp nein 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 ich will nicht rumstehen ich habe ehrlich gesagt ein bisschen respekt vor den fischern kommen wir hier rein aber warum habe ich das denn hier eigentlich noch nicht aufgemacht immer hier noch mal anbinden ja ich habe was vergessen gut nun ja ich habe vergessen die zwischenwand aus dem ziegenpuff zu reißen jump da machen wir hier größer wenn du mich anrammelst es ist das letzte was du getan hast so ach so ja was macht immer so ich habe ein bisschen angst dass die mir wehtun könntest du bitte danke okay du da komm mal mit komm mal mit komm mal mit psst psst komm her komm rein hier komm hier rein komm rein komm rein ist das nicht schön äh 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 stehst du denn da sind in der grube hießchen in der grube oder wird sie klein in der grube lalalala komm her hey guck mal ich kann mit dem mit dem seil durch die wand gehen bin ich nicht geil ich habe ein magisches seil ähm äh dahin so ich sollte im stande sein das hier zuzumachen ja tschau mit v ähm warte und wenn ich mir jetzt hierhin stelle ich muss ja sowieso eine sache noch machen und zwar wir müssen hier irgendwie an die kisten unten dran kommen da ist noch kein fehler machen und die schiecher befreien aus versehen das sind drei kisten ähm die frage ist wenn ich jetzt hergehe und äh kann ich da was reinschmeißen da ist nichts drinne da ist eine leine drinne gut da ist ein holzklotz drinne ok super also mehr oder weniger scheint das zu funktionieren jetzt ist nur die frage wie kriegen wir die herren und damen dazu gegen wände zu rennen aber ich glaube hierfür ist es dann doch eher notwendig ähm ähm könntest du mal ich kein ich 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 vielleicht halte ich sie auch für blöder als sie eigentlich sind das ist möglich aber ich habe ja auch kein doktor in psychologie ja auch wenn wir heute nicht was ich jetzt mal annehmen nachdem die erkältung jetzt wieder kriegt wenn wir heute nicht dazu kommen zu kippen kommen das anwesend zu gehen dann machen wir das in der nächsten aufnahmen das war mal ein satz mit x ich bin sofort wieder da ich schaue mal kurz was ich falsch gemacht habe oder wie man das anders machen kann wo mein fehler drin besteht das müsste doch irgendwie gehen also bis sofort so also ich habe schon gar nicht schlecht gelegen glaube ich wenn ich das jetzt richtig gesehen habe es gibt tatsächlich jemanden der das mit einem huhn gemacht hat ich möchte mich ja nun selber quasi opfern ja wir schauen mal es ist nacht vielleicht funktioniert das wirklich nur mit einem huhn weil das so klein ist dann muss ich mir jetzt erstmal holen und ich brauche ein boot alter ja ich hätte jetzt nicht gedacht dass jetzt ausgerechnet mein kleines anliegen mein kleines anliegen ich bin vollgepackt bis oben hin guck mal da unten ist ein creeper die schweineviecher aber ich sehe gerade mein anliegen ein hut zu bekommen ist gar nicht so unwahrscheinlich holen und komm mit sonst normalerweise will ich hühner lieber nicht in meiner nähe aber ich bin das mal hier an wusste ich gar nicht dass das was man so alles lernt ich brauche eine kiste ich brauche unbedingt eine kiste hinstellen also wenn das jetzt klappt dann bin ich wahrlich erstaunt das ganze überflüssige material jetzt hier rein am besten wirklich alles so ich brauche ein boot so na wenn das mal funktioniert so wie kriegt das boot am besten da ja hier ist ja da der beute das coole daran ist wenn das funktioniert hallo bleibst du bitte hier danke danke für ihre kooperation frau huhn frau huhn wo sind sie hin hat ein bisschen underground adventure gemacht und jetzt muss ich in das boot reinkriegen super ist super das ist das tut so und ich soll das ding halt mal der macher hatte erst mal einen block dahin gesetzt damit wenn ich dann runter durchfahren sagte so nah wie möglich so jetzt bin ich mal gespannt hast du gerade ein ei gelegt geht das wenn du dass die viecher ausbrechen so ich guck mal was unten in den kisten drin ist da müsste jetzt eine ganze menge eier drin sein ansonsten lasse ich das erstmal wir machen mal ein bisschen erkundung was auch gleich auf einmal ich will ich will einen ziegenhorn haben jetzt auf der stelle er hatte die noch gefüttert irgendwie damit dann noch mehr waren ich weiß jetzt nicht ob das irgendwie vielleicht sich ausgewirkt hat auf den rammel effekt aber null ahnung wie das funktioniert wir können natürlich noch ein paar hühner holen ist klar wir haben gar keinen bock im wahrsten Sinne des wortes bock ich hole noch ein huhn und dann gehen wir sachen abbauen und ansonsten muss ich mich da noch mal informieren ja also bei dem youtuber hat es funktioniert ich verlinke mal das video in der video beschreibung sagt mir was ich falsch gemacht habe als ok ich habe jetzt nicht den rotstein schaltkreis also den ddd die eisenbahn gemacht in die rundherum fährt um die hörner zu sammeln aber ist das denn unbedingt notwendig mit des weiteren habe ich nicht frau huhn ich bin enttäuscht von den kommen sie her kommen sie sofort her vielleicht zu schnell da war halt nur eine idee ich hätte es auch vorher gucken können ist klar aber ich habe es jetzt nachgeschaut und bis auf dass ich da einen schönen steinkasten habe und der youtuber da so einen saun geschichten teil gebaut hat hat das vielleicht was damit zu tun ich weiß es nicht ja dann muss ich das erstmal anbinden so und ich brauche noch ein bild und jetzt brauche ich das frau huhn machen sie bitte nicht den gleichen fehler wie ihre kollegin und springen sie da vorne nicht in diesen griff haben ja kommt einmal bitte in das boot dankeschön da war doch noch was der kleine umblick kann man alles noch nachträglich machen irgendwie so weit wie es geht rein sagte er ist das so so ja so ja so f so und jetzt ohne die bote zu zerstören die klötze weg es ist auch egal ob die klötze kriege oder nicht es funktioniert nicht was auch immer ich falsch gemacht habe okay wenn es zu lange ist mache ich eine timelapse draus und nächstes mal fürs nächste mal gucke ich dann mal ein richtiges rezept aus wir können jetzt hier noch in der umgebung ein bisschen rohstoffe fahren also rohstoffe ernten und ich mache gleich mal eine pause denn die pressur ist gar immens wunderschön was wir alles zu kriegen ich würde ganz gerne tatsächlich ein kleines base camp hier aufmachen erst mal später schauen wir dann wo wir eine richtige basis machen möglichst ja und top of the world die gucken da es passiert mal nicht ich wollte ja eigentlich auch ein portal bauen nö nö passiert nichts ob das irgendwas bringt dieses kalt zieht hier ab zwar und ich habe ja immer gedacht kalt zieht wird diese gionen umschließen aber das scheint hier mal nicht der fall zu sein ja also der macher dieses videos ist ja hergegangen und hat auch noch da hat auch noch mit getreide die ziegen gefüttert vielleicht ist das ja das geheimnis welches das ist ja auch die Bis zum nächsten Mal.